Meine Schweizer liegt davor Perfekt Sie schießen Da liegt noch ein Ding Nein Vom Hübel oben Wo bist du, wo bist du? Ich hole ihn rein, ich hole ihn rein Da hast du die Snipe auf den Hügel Ja, das ist meine Meinung Ab an, ab an am Hügel, gehen wir runter Da ist er, einer Aktivität Da sind Feind Die Fichser, Hügel Ab an, daunt Ich hole schnell meine Ladart Ich hole meine Ladart Die haben Snipe auf mich Aber ich weiß nicht von wo Ich laufe einfach zählen Wie ein behindertes Heim Ah, sie sind schon da Da wo ich bin, sind sie Die kommen Ich bin bei dir Ich habe einen Luftschlag Ja, hauen auf sie Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit Gehen wir nach unten weiter bis Feindliche Drohne über uns Die sind über uns Aktivität Eher links oder rechts Jetzt sind sie eher nach rechts Ja, sehr geil Gebrauchen Deckung Gebrauchen Deckung Gebrauchen Deckung Ich komme von vorne Ja, aber nur mit Deckung Sie schießen auf mich Sie helfen mich Auszauern Alles gut Ah, da ist einer Keine Ahnung, da ist einer Aktivität Ah, du Panna Jetzt haben wir ihn grad nicht drücken Ich push Nur einer down, nur einer down Einer ist noch Einer habe ich gedowned Warte, ich muss einen Plotmengler Verbündeter Klassenschlag nähert sich Ja, ja Achtung, Niko Achtung, Niko Ja, der tut mir nichts Okay Niko, Bosi, Bosi Bosi Einer habe ich Dann ist die Munition ausgegangen Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verletzt Da muss nirgends Da ist er Haben wir ein Shield für den Reining? Ja, der Typ hat er Da Kiste Warnzauung Warnzauungskiste Gehen wir Warnzauungskiste Ach so Das hat jeder, oder? Ja Warnzauungskiste Was? Da weg Warnzauungsk rights Kamel Schnell Warnzauungskiste Ja, äää Bosi D wn van Was D? Buddhist Ö музы visitors We sk Called Warnzauungskiste Ja Laufen Ich ich advantages Ich spilled 紡 Was ich Was tut Sag ein paar Da vor São Ich gå in die Richtung rechter dreibein ausdruck dann auf deiner schweizer martin selber auch ein dreibein doch er hat geburtstag diese schon ich will kein schlechtes wort hören java blocken ist man er braucht schauen wir das mal in die zone kommen wir haben sonst immer ich gehe in die richtung und dann fangen wir die die opfer hinten ich nehme zurück der mit am meisten schaden der mit am meisten schaden dass wir gehen zum grünen punkt aber er ist ruhig geblieben wir haben beide sechs kills aber da hat er mehr schaden wir rennen einfach an der querfelder hin und schauen gar nicht auf rechts muss man manchmal gehen wir links aufführen und schauen links oben oder ich würde eher richtung tv station schauen weil von dahinten sind vorher schüsse gekommen und da drüben ist wieder auftrag gemacht oder so so in die richtung aktivität 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 auch da unten kommen sich gar nicht mehr ich bin voll verlaufen äh kill schau ja ab wem schießen wir denn das ist halt deswegen hat der reine so viel schaden weil er schießt und dann sagt er hey da war ein gegner das tut so viel schaden hat da rein ich gerade gar nicht jetzt sind wir eine neue position ja das war voll geil gehen wir auf das hause ziel gleich erfahren und weit ich höre dich und jetzt bleib ich werde vielleicht da bleiben außerhalb der linie weil sonst laufwärts einig dann haben wir stress von vorne und dann rennen sie uns nach hinten und knacken ok ich war aufs haus gegangen aber alles was du machst also prinzipiell hast du du geburtstag also prinzipiell sag ich bin entspannt ich nehme den Mist ich finger nicht ich fiste hm rupo serioso oder was da muss doch nur Leid geben die da in der Rennung oh mein Spongeburt hey fettsack mit dem scheiß mit deiner scheiß weißen Masken da geh nicht vor mich Feind schon gut das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verlegt ja ich weiß wohin mein Wasser los sonst die Frage ja self rest ja mach 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 kommts passt gehen wir mal 2 ich decke oder 3 Gasmasken nicht vergessen ja ich brauche Gas ja ich brauche eine neue Gasmaske meines Marsch feindliche Drohne über uns ihr gibts gutes Geld und dann gleich da rauf rauf rein magst du mir noch ein bissl Geld geben unterwegs ich brauche auch noch ein bissl was wegpunkt markiert wir kaufen uns eine Drohne ok ja ja ich kann nur Pings machen ich kann nur Pings machen ich kann nur Pings markieren liegt noch gell ja da bei meinem Pings ja da bei meinem Pings ich schröcke hervor ergeben ich kaufe auch noch eine Drohne Achtung Zone Leider ausbreitet sich aus grüner Pings hat er nicht gemacht grüner Pings hat er nicht gemacht also grüner Pings ist auch profil nein nein zu dem Haus gehen wir zu das ist ein Lied nein das reicht doch über dem Breze über dem Thomas Breze ja habe ich auch noch von vorher der Drohne Team da rechts ja aber die werden nicht zu uns laufen aber die werden sterben das werden sie ja die ziehen nach hinten die schauen nach hinten da gucken wir nach siehste rechts jetzt den Schuss weiter unten Achtung Breze na ne Breze nicht ich gehe in die Richtung ja die sind alle die Sandschirmhaus ja das ist gefährlich jetzt freindliche Drohne über uns rechts Fenster unten ich komm von rechts Blauser da die Rucker die Rucker einer habe ich am Herzen einer ist oben drin von unten halt beschossen worden ein Hausunterwald das ist uns dabei Shieldbreak Termit eingesetzt ich glaube Aktivität was ist der Clusterschlag im Anflug Hintergrund ich glaube dass die ich glaube dass die nicht alle oben sind wenn ich mit euch der Fall springt über den Gebiet auf den Himmel wir sind schon weitergegangen glaube ich na na dort herz ist uns doch dort herz ist uns zu zweit ober uns das gas breitet sich aus vor uns ist der Gegner neue Sicherheitszone gefunden hey die Jungs laufmanns-Rettel weil natürlich ein bisschen auszuspringen ja wir müssen los Termit eingesetzt ich trifft gut blau ist er ich gehe jetzt hoch ich habe einen gemacht der will dann pushen ja gehts Jungs da ist du nicht gekommen gehen wir hoch ok passt lauf 1 2 3 schauk gehen wir warum hast du da ploppt die Kisten ploppt ja es war versehen ich war blöde ich habe die Granaten ausgerüstert gehabt und wollte auf den Herz zu switchen von rechts von rechts ah viel leichter fahren Achtung verbündet der Präzision das Gas kommt ja schau machen wir mit da wir müssen wir müssen aufpassen da ist ein ganzes Aktivität wir müssen aufpassen dass von hinten keiner reinkommt vor uns ist ein ganzes ich schütze nach hinten noch 1 2 übrig gute Arbeit bisher da ist hart unterwegs Alter wir haben eine scheiß Position ja ich schütze nach hinten es sieht dabei schauts gut aus wir müssen schauen wie man da in weiterer zukommt unterwegs haben ihn downed da sie kommt da hinten im Haus ist er drin ja einen habe ich gedowned da vorn aktivität das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird markiert was wieso triefe ich den nicht unterwegs müssen wir floppen aufpassen dort oben schilber drauf sehr schön aber du kommst links ich geh über links es ist nur einer drinnen wir haben einen zweiten getaus ja schneller schneller oder den gleichen wieder naa ich hole mich selber rechts rechts raus rechts raus da sind 3 Leute Was ist denn da los, oder? Team ausgelöscht, Team ausgelöscht Hey, kann man wieder Blocken kaufen? Es sind nur zwei Reine, Reine, komm mal rein Da liegen 3 Milliarden Platz noch Das war meine Mine Ich brauche Aufklärung bei meiner Position Drohnerreicher Panzerabwehrmine platziert und scharf Wo? Von links? Ihr seht es ja am Herze Gibt es den ersten Stock in dem Haus? Ah, da haben wir da drüben sind Ah, da läuft über rechts Ah, da läuft über rechts Ich habe einen markiert, der hat mich Neue Sicherheitszone wird markiert Er holt sich selber, der Penner Hinter dem Starr Hinter dem Starr Ja Setze Wegpunkt Da liegt Da ist er Da ist er Er holt sich doch nicht selber Da kommt sein Freund, Nico Das Gas breite mich aus Die Bastarde wollten mich erschießen Du hast ihn beim Privattrick mit einem da draußen liegen Erwischt Ja, genau mit dem Ja, genau mit dem T-Vipe Ok, es sind nur drei andere Leute Wo sind die? Da, hinter dem Starr Bei mir Da sind zwei zum hinter dem Starr Ich geh aufs doch Vom Hausnummer geboren Ich geh aufs doch Vom Hausnummer geboren Wads, ihn dropp die Munitionskäse vor die Bay Stash Die war's Zahmburschen Ja, einfach Gute Idee Gute Idee Passt Hier ist hab ich Sohn in Glück Shears, cheers, cheers Das Gas nähert sich hier Ob'n Guthers, gut gemacht Ahahahahhaha Alter, der Snipe war überragend. Der war so wichtig.